Seri geht in Tiktok. Seri geht raus in Tiktok. Seri geht in Instagram. Okay, geändert. Seri geht in Kamera. Seri, Seri geht raus in Tiktok. Na gut, ich suche im App Store nach Tiktok. Tiktok. Äh, Seri, wo hast du da Tiktok reingeschrieben? Na gut, ich suche im App Store nachgeschrieben. Äh, äh, ich glaube, ich bin, äh. Seri hat ja Quatsch gemacht, eingestellt. Äh, Seri, eine Frage, gehst du an Instagram. Danke, Seri. Es war mir eine Freude. Danke. Danke, Seri. Kein Problem. Seri, mach dein Handy aus. Um dein iPhone auszuschalten, halte gleichzeitig die Seitentaste und eine der Lautstärketasten drei Sekunden lang gedrückt, bewege dann den Schieberegler auf dem Bildschirm. Äh, kannst du, kannst du ausschalten, bitte, Seri? Du kannst mich in den Einstellungen deaktivieren. Äh, okay. Seri, das ist ein Witz. Kommt ein Pferd in die Kneipe? Seri. 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 Seri.